In letzter Zeit erreiche ich mich sehr häufig die Fragen bezüglich Fear the Walking Dead, wann die ersten Fear the Walking Dead Videos kommen. Und da ich noch nicht, da die Serie ja noch nicht zu Ende ist, auf den direkten Inhalt der Serie eingehen möchte, habe ich mich dazu entschieden, Charakter-Clash Staffel 2 zu eröffnen. Und wie soll es auch anders sein, in dem Fall mit Fear the Walking Dead Charakteren. Wenn ihr also sehen wollt, wie unterschiedlichste Fear the Walking Dead Charaktere gegeneinander zufällig generiert und Clashen wollen in verschiedensten Kategorien, von Sympathie bis die meisten Kills oder die wenigsten Kills in dem Fall, dann bleibt auf jeden Fall dran und damit heiße ich euch direkt mal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von... Ja, Charakter-Clash, eines der meistgeschautesten Formate hier auf diesem Kanal tatsächlich, habe ich mit The Walking Dead Charakteren schon gemacht und da gibt es ja wirklich nur mal einige. Bei Fear the Walking Dead haben wir da tatsächlich eine geringere Auswahl, was ich gar nicht mal so schlecht finde. Bevor wir jetzt wirklich zur Charakter-Auswahl und zu dem ersten Clash des Tages quasi kommen, möchte ich mal ganz kurz erklären, wie das Ganze hier ablaufen wird. Wir haben hier ein 16er Turnier, bedeutet 16 Charaktere werden in 8 Teams gegeneinander angepft. Also wir haben immer 2 gegen 2, der Gewinner geht in die nächste Runde. Dabei treten die in unterschiedlichsten Kategorien an. In der ersten Runde werden die Kategorien eher auf nicht faktisch basierte Sachen beruhen, sondern eher so auf die Sympathie, Einführung des Charakters, Nutzen in der Serie, so Sachen, die man nicht anhand von Zahlen messen kann. Danach in den weiteren Runden wird es dann darauf hinauslaufen, zu gucken, wie lange hat der Charakter in der Apokalypse überlebt, wie viele Kills, sowohl Menschen als auch Zombie-Kills, was hat er gemacht, was man an Zahlen wirklich messen kann. Und natürlich seid ihr weiterhin herzlich dazu eingeladen, Kategorien in die Kommentare zu schreiben. Nur weil in dem Video die 4 Kategorien rankommen, die jetzt hier sind, muss es im nächsten Clash nicht so sein. Heißt, wenn ihr Vorschläge habt für Kategorien, die ich hier einführen könnte, gerne damit in die Kommentare. Wichtiger Punkt, es gibt Kategorien, die sich austauschen können, wie ja gerade schon erwähnt, aber es gibt eine Kategorie, die in jeder Runde existiert und die auch quasi die vielleicht interessanteste Kategorie ist und das ist das 1 vs. 1. In dem Fall befinden sich diese zwei Charaktere, die nun am Battlen sind, auf einer neutralen Ebene. Keiner kennt diese Fläche, wo sie waren, es ist ein abgesperrtes Areal, ähnlich wie bei Hunger Games. Und beide Charaktere sind in ihrer Prime, bedeutet, sie sind die krasseste Form der Charaktere, die wir in Fear the Walking Dead gesehen haben, am besten entwickelt, am besten mit welchen Waffen auch immer umgehend. Es sind einfach die krasseste Variante von diesem Charakter. Und dann wird sich dieses 1 vs. 1 in drei Kategorien unterordnen. Die erste Kategorie ist der Nahkampf, komplett ohne Waffen, Faustkampf, 1 gegen 1, mit nackten Händen. Kategorie 2 ist dann der Nahkampf mit Waffen. Ob es Schwerter sind, ob es Messer sind, ob es was auch immer im Nahkampf möglich ist, aber das wird gegeneinander benutzt und dabei entsteht dann auch die zweite Kategorie. Und die dritte und somit auch letzte Kategorie ist dann der Fernkampf mit Schusswaffen, mit Bögen, mit Steinschleudern, mit was auch immer dieser Charakter am besten umgehen kann. Anhand dieser drei Kategorien entsteht dann irgendwann ein, naja, Ungleichverhältnis der Punkte und dementsprechend geht ein Punkt an den jeweiligen Charakter. Das ist dann meistens auch mitunter der entscheidendste Punkt. Dieser Charakter, der dann gewonnen hat, kommt in die nächste Runde und klasht gegen den aus der zweiten Runde, also den Gewinner aus der zweiten Runde. So, das war jetzt sehr viel Information, das werde ich jedes Video wahrscheinlich schon mal ein bisschen ankratzen, immer mal, um das nochmal aufzufrischen, aber jetzt kommt es zum wichtigsten Punkt. Welche Charaktere lassen wir denn gegeneinander clashen? Ich habe mich wieder hingesetzt, habe einen Charakter-Randomizer rausgesucht, der extra für Fear the Walking Dead gemacht ist. Der Randomizer bezieht sich, ich würde mal schätzungsweise sagen, auf alle Charaktere bis Staffel 7. Ich glaube, Staffel 8 wird nicht 100%ig schon da drin sein. Nichtsdestotrotz suchen wir uns jetzt hier ein paar Charaktere raus, die einfach gerandomized sind und lassen diese gegeneinander antreten. Im ersten Fight dieses Video haben wir den guten John Dory, ja, wieder Fisch mit IE, nicht mit Y und der clash gegen Daniel Salazar. Ein Kampf, der sehr interessant wird. Ich freue mich jetzt schon auf dieses Video tatsächlich, ich bin echt gespannt. Als zweites haben wir dann Travis vs. Morgan. Ein Charakter, der von Anfang an dabei war und dann halt Tschüss gesagt hat und ein Charakter, den wir aus The Walking Dead kennen. Unfaire Vorteile könnten hier tatsächlich entstehen. Ich bin gespannt, wie dieser Kampf ausgehen wird. Runde Nummer 3, das Duell der Familien und zwar Troy Otto gegen Jeremiah Otto. Ja, Vater gegen Sohn. Ich, wo ich es ausgelost habe, ich dachte mir so, okay, das könnte ein bisschen lustig werden, aber irgendwie ist das ergibt so fast schon eindeutig. In Runde 4 haben wir dann die gute Madison vs. Grace. Ein Duell, was auch interessant sein könnte, aber auch eher eins der vielleicht langweiligeren Duelle sein wird. Auf Platz 5, das Duell der Töchter von Daniel, sage ich mal, Charlie vs. Ophelia. Hier bin ich echt gespannt, wie das ausgehen wird, weil ich habe eine sehr, sehr kritische Meinung zu Charlie, zumindest anfangs, und Ophelia, naja, hat halt nicht so lange überlebt, sagen wir es mal so. In Duell Nummer 6 haben wir das Duell der Ahas, ja, wegen dem Anfangsnamen, und zwar Alicia vs. Althea, also Al. Ein Duell, auf was ich mich wirklich freue, weil ich Alicia so hart feiere, wird mich aber nicht beeinflussen bei diesem Duell. Also ich gehe hier dann wirklich nur nach Straight Facts. Im Duell Nummer 7 treten dann die gute Luciana an gegen die gute June. Sehr ausgeglichene Charaktere, sehr unterschiedliche Charaktere, aber doch auch sehr, naja, Underground-Charaktere. Könnte echt interessant werden. Und zu guter Letzt haben wir nochmal einen The Walking Dead-Charakter gegen den plottigsten Plot-Charakter in Fear the Walking Dead. Und zwar haben wir Dwight gegen Victor Strand. Das ist unsere Aufstellung, das ist die Übersicht, wie die Fights vonstatten gehen, und ihr werdet wahrscheinlich jetzt anhand dieser Grafik sehen, wie das Ganze dann aufbaut, und am Ende kämpfen zwei Charaktere von Seite links und Seite rechts gegeneinander, und wir sehen dann, wer als, naja, Champion gekürt wird. So, jetzt habe ich echt schon lang genug rumgelabert, deswegen werde ich jetzt in diesen Clash reingehen, und ich werde ihn versuchen, relativ kurz zu fassen, weil die ersten Runden sind immer relativ kurz, muss ich dazu sagen. Wir sind bei John Dory gegen Daniel Salazar. Und was soll ich sagen, als ersten Clash-Punkt haben wir das Charakter-Development. Bedeutet, wie ist dieser Charakter eingeführt worden, wie ist er, wie haben wir ihn kennengelernt? Was ist doch eigentlich so das Interessante an seiner Einführung gewesen? Starten wir bei dem guten John Dory. Was soll ich sagen, ich finde Johns Einführung war komisch, denn wir sehen ihn ja erst mal als mit sich selbst redenden, das Wrack, was auf morgen trifft, die dann auf Al treffen, und das läuft dann alles so hinaus. Und wenn wir das als seine Einführung betrachten, ist es schon, finde ich, eher eine schwache Sache gewesen. Er ist zwar cooler Charakter da schon gewesen, aber irgendwie war es auch so ein Charakter, wo ich ihn das erste Mal gesehen habe, dachte ich so, hm, das könnte auch ein Wegwerfcharakter sein, bin ich ehrlich. Natürlich wandelt sich das Ganze im Laufe der Serie, werde ich gleich noch drauf zu sprechen kommen, aber man muss auch sagen, Johns wirklich effektive Einführung ist ja eigentlich gar nicht das, sondern wirklich seine Vorgeschichte, wie er da in der Hütte sitzt, wie er seine, äh, nicht Kreuzworträtsel, wie heißt das Spiel, die mit den Steinen Wörter legen, Spiel, ich weiß nicht, wie es heißt, wie er seinen Tagesablauf immer und immer wieder macht und wie er dann irgendwann June zu ihm kommt. Und ab dem Punkt verändert sich ja sein ganzes Leben. Wenn wir das als Charaktereinführung sehen, ist es schon wirklich gut gemacht, aber auch nicht so wow. Gleiches Problem gibt es bei dem guten Daniel. Wir könnten hier zwei Charaktere als Daniel einstufen, einmal der Daniel Salazar und einmal der Daniel Salazar. Ihr versteht, was ich meine, wenn ihr die Serie gesehen habt, also es gibt einmal den Daniel, den wir, den Daniel möchte, dass man ihn kennt und es gibt den, den man nicht kennenlernen sollte. Daniel wurde mit als erster Charakter in Fear the Walking Dead eingeführt, als Familienvater, der aber irgendwie doch ein bisschen Dreck am Stecken hat und versucht, wirklich einfach nur seine Familie zu retten. Über die Serie hinweg wird er aber dann nochmal als anderer Mensch eingeführt, als Haudrauf, als krasser Badass Motherfucker, der vom CIA, war es glaube ich, ausgebildet wurde. Ein heftiger Veteran, ein richtiger Badass. Das Problem ist hier, wie gesagt, gleiches wie bei John. Irgendwie haben sie beide zwei Charaktereinführungen bekommen. Man muss hier natürlich auch bedenken, Fear the Walking Dead ist ein sehr großes, wandelndes Spiel an. Wir fangen die Geschichte nochmal ein bisschen neuer an und setzen ein paar Sachen zurück. Und es kritisch komme ich irgendwann in dem großen Fear the Walking Dead Video darauf zu sprechen. Wichtig ist hier, ich finde in dem Fall, ist Johns Charakter besser eingeführt worden als Daniels. Weil Daniels Charakter entwickelt sich erstmal zu einem krassen Badass. Johns auch, aber ich finde Johns Einführung war dann doch ein bisschen cleaner, ein bisschen interessanter. Deswegen würde ich sagen, der erste Punkt, Character Development geht an den guten John Dory. Ja, wie der Fisch. Der nächste Punkt sind die, naja, besten Momente oder der beste Moment. Und was soll ich sagen? Bei John könnte ich theoretisch sagen, alles was mit Schusswaffen zu tun hat. Der Typ ist ein kranker Bastard, wenn es um Schusswaffen geht. Aber hier wollen wir uns jetzt mal auf einen Punkt festlegen. Und ich würde hier auch einen mit Schusswaffen nehmen. Und zwar ist das, wie er mit June Dwight trifft, auf Dwight trifft. Und diesen, ich weiß nicht wie der Schuss genau heißt, diesen unfassbar unrealistischen, aber geilen Schuss über das Beil. Und die Kugel spaltet sich und tötet dann zwei Walker hinter ihm. Das war ein fucking badass Move. Ich hatte Gänsehaut in dieser Szene, wirklich ultra brutale Gänsehaut. Und allgemein, wie gesagt, alle Male, wenn er eine Waffe in der Hand hat und Action gibt. Ob es normale Schüsse mit seinem Revolver sind, ist passt. Dieser Charakter ist ein fucking Cowboy und alles das, was er macht, wie er mit den Waffen umgeht, ist es krass geil. Bei Daniel stehen wir jetzt vor einem großen Problem. Daniel hat viel zu viele krasse Momente. Ob es ist, wie er das Feuer legt, überlebt, wie er den Schuss von Victor ins Gesicht überlebt, wie er sich verhält in manchen Situationen, wie er die Leute am Damm ausschaltet. Es gibt viel zu viele badass Momente von ihm. Viel zu viele gute Momente. Und ich kann mich auch nicht auf einen festlegen, weil Daniel hat krass viel gute Momente. Selbst da, wo er seinen Verstand am Verlieren ist, ist er ein fucking badass. Was super krass ist. Einfach jedes Mal Daniel in Action zu sehen, schock güzel. Und deswegen werde ich hier keinen wirklich effektiven Punkt nennen können, weil er einfach viel zu viele krasse Momente sind. Auch wenn er einfach nur da ist und redet, ist es schon krass. Daniel geht in Mark und Bein rein. Und deswegen kriegt er auch den Punkt hier. John hat einen guten Moment, den ich hier explizit nennen kann, darüber viele gute mit den Waffen. Aber Daniels sind halt einfach wirklich manche Sprüche, die er einfach droppt. Wenn er da steht und irgendwo die Überhand gewinnt und dann einfach eine eiskalte Line raushaut. Das ist so gut. Deswegen hier die besten Momente. Der Punkt geht an den guten Daniel. Der dritte Punkt in diesem Battle ist die Relevanz in der Serie. Um das mal kurz zu erklären. Das hat mich auf diese Idee tatsächlich ein Kumpel gebracht. Und zwar, wir nehmen mal Sophia als Beispiel. Es gibt super viel Action um Sophia. Sie ist eingeführt worden mit allen anderen Charakteren. Sie hat ihren Versteck-Arc. Daryl sucht nach ihr. Alle suchen nach ihr. Es passiert so viel Scheiß, aber auch natürlich ein bisschen was Gutes. Aber am Ende des Tages, wenn sie dann da tot aus der Scheune läuft. Naja, ihr Charakter hat die Serie weder nach vorne noch zurückgebracht. Ihr Charakter hat nichts bewirkt. Und darum geht es im Punkt Relevanz. Was hat dieser Charakter wirklich effektiv krass in der Serie bewegt? Starten wir auch hier wieder mal beim guten John. Was haben wir alles durch John bekommen? Morgan lebt. Morgan hat einen guten Freund gefunden. Morgan wurde öfters von John gerettet, als ich zählen könnte. Und auch John hat einfach Junes Charakter einfach hervorgebracht, sage ich mal wirklich. Sie war anfangs super nervig und durch John ist sie ein bisschen weniger nervig geworden. John hat sehr viele Ereignisse bezüglich Dwight und Sherry hervorgebracht, die die Serie dahin gestellt haben, wo sie jetzt ist. Auf der anderen Seite haben wir, wie gesagt, Daniel. Und bei Daniel ist das Problem, würde ich sagen, vor Season 4 war Daniels Charakter das, was mit Sophia war. Weder vor noch zurück. Er war relevant, aber auch irgendwie nicht so wichtig für die ganze Story. Jetzt aber nach Season 4, in allen anderen Seasons, ist er super wichtig für die Story. Denn Daniel ist so das Ass im Ärmel. In fast allen Situationen, wo irgendwie kein Vor und Zurück ist, ob es mit Virginia war, ob es mit Victor ist, ob es in was für einer Situation ist. Daniel ist immer so ein Joker, denn er macht Dinge, die andere Charaktere vielleicht nicht so wirklich können oder auch können wollen vielleicht. Deswegen muss man sagen, er hat die Serie wirklich mit am Laufen gehalten. Vor allem dadurch, dass er quasi immer wieder weg ist, aber doch wieder zurückkommt. Ob es jetzt im Falle von Verbrennen ist und er kommt zurück. Er kriegt ihr ins Gesicht geschossen, wir denken alle ist tot, er kommt aber zurück. Er verliert seinen Verstand, kommt aber zurück. Er kommt immer wieder zurück. Und deswegen würde ich sagen, ohne ihn wird die Serie zwar weiterhin laufen, aber es gäbe viele Momente, die einfach schwanken würden. Die einfach nicht so gut laufen würden ohne Daniel. Deswegen werde ich hier auch den Punkt an den guten Daniel geben. Dementsprechend steht es 1 zu 2 für Daniel Salazar. Kommen wir nun zum letzten Punkt vor dem großen 1 vs. 1 und das ist Sympathie. Hier geht es wirklich um meine Meinung. Wirklich, rein um meine Meinung hier kann der Punkt natürlich von jedem abweichen und das könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr anderer Meinung seid. Sympathie, ja, das Wort sagt es schon von selbst. Wie sympathisch finde ich den Charakter? Und hier haben wir ein Problem. Oder ich eher gesagt. Weil eigentlich würde ich den Punkt John geben. John ist ein liebenswürdiger Charakter. Er hat Probleme, die man nachvollziehen kann. Er ist lustig, er ist cool, er ist so der große Bruder, den man sich vielleicht wünscht. Auf der anderen Seite haben wir Daniel, diesen Hau drauf, diesen quasi schon böse Wicht irgendwie Antagonist, den man aber genauso gerne als großen Bruder haben würde. Und das ist halt das Problem. Ich würde trotzdem den Punkt John geben, weil es bei Daniel einfach viel zu viele Ungereimtheiten hier und da gibt. Manche Dinge, die er macht, die versteht man vielleicht gar nicht. Die, also vor allem ich, verstehe sie nicht und denke mir so, na, das ist jetzt nicht so nett von dir gewesen, Daniel. Natürlich haut er es mit manchen anderen Sachen raus. Und er ist auch ein liebenswürdiger Charakter, wenn es zum Beispiel um Ophelia ging, wenn es um Charlie geht, wenn es um seine Familie geht. Aber am Ende ist John doch eher so der wholesome Familienvater. Und es ist wirklich schwer, wirklich. Ich werde den Punkt John geben, weil ich ihn wirklich einfach effektiv ein bisschen sympathischer finde. Ich liebe Daniel. Ich finde ihn super cool. Ich finde ihn super krass. Aber wenn ich jetzt entscheiden müsste, wen ich zum Beispiel zum Kindergeburtstag meiner Tochter einladen würde, also Spoiler, ich habe keine Tochter, aber nur metaphorisch gesprochen. Ich würde eher John einladen als Daniel. Und ich glaube, das kann auch jeder nachvollziehen. Somit geht der Punkt an John. Und somit haben wir nun das erste Mal das Szenario, was hier auffällt. Wir haben ein 2 zu 2. Und dementsprechend kommt nun das 1 gegen 1. Tritt in Kraft und entscheidet hier am Ende. Ja, wie schon erklärt, wir befinden uns auf einer neutralen Fläche. Keiner kennt es. Wir haben die 2 Charaktere in ihrer Prime. Das heißt wirklich Daniel, der krasseste Badass, der vor nichts zu schrecken macht. Und auch John, der sich selbst opfert, um alle anderen zu retten. Und die lassen wir nun clashen. Und zwar in Runde Nummer 1. Faustkampf. Wir müssen hier festhalten, Daniel ist schon ein bisschen älter. Aber in seiner Prime war er das vielleicht nicht. Deswegen wird hier dieser Faustkampf relativ schnell zu Ende sein. John hält gut durch. John ist ein gutes Einsteckpaket. Aber Daniel wurde nun mal einfach in solchen Sachen perfekt ausgebildet. Auch wenn John irgendwo als Polizist ausgebildet wurde. Daniel wurde beim fucking CIA irgendwelchen Geheimorganisationen ausgebildet. Er hat die krassesten Moves drauf und das für sein Alter. Dementsprechend wird er früher oder später John unangespitzt in den Boden rammen. Und wahrscheinlich dabei nicht mal nur ein Schweißperlchen verdrücken. Dementsprechend der erste Punkt, Faustkampf geht an Daniel. Der zweite Punkt mit Nahkampfwaffen bedeutet Schwert, Baseballschläger, Brecheisen. Sucht euch aus, was ihr in dem Fall nehmt. Keiner der beiden Charaktere hat hier irgendeine Präferenz. Es ist nicht so wie bei, naja, Michonne, sie hat ein Schwert. Keiner hat irgendwie so eine wirkliche Präferenz am Nahkampfwaffen. Aber ich denke auch hier wird es dazu zu tragen kommen, dass Daniel krass ausgebildet ist und ausgebildeter ist als John. Vielleicht hat John hier und da ein bisschen mehr Möglichkeiten, einfach durch die Nahkampfwaffen ein bisschen mehr auf Abstand gehen kann. Vielleicht hält er länger durch, aber am Ende wird auch hier Daniel definitiv die Überhand gewinnen. Deutet 2 zu 0 für den guten Daniel. Auch wenn das Battle theoretisch schon vorbei ist, wir wollen John auch die Möglichkeit geben im Fährkampf, in den Disziplinen Schuss, Waffen, was rauszuhauen. Und hier muss ich auch sagen, klar, auch hier Daniel gut ausgebildet. Er ist ein Hammerschütze, aber er ist kein John Dory. Er ist kein Dory und das, was wir in Fear the Walking Dead gelernt haben, ist, die Dory's können schießen. Und das wird auch hier Johns, naja, einziger Punkt sein. Er kann super gut schießen. Er weiß, wie man damit umzugehen hat, in Form von Trickshots meinetwegen. Klar, Daniel ist, wie gesagt, nicht schlecht, aber er ist kein Dory und dementsprechend wird hier John es irgendwie schaffen, um einen Baum rumzuschießen, eine Kurve zu fliegen und Daniel in den Hinterkopf zu schießen. Irgendwas abgespacedes. Aber John hat diese Fähigkeiten. Er kann so schießen, er kann krass schießen, er kann sehr gut schießen. Wahrscheinlich der beste Schütze in Fear the Walking Dead. Und auch wenn es sehr, sehr knapp ist bezüglich Daniel, er kriegt hier definitiv die Kugel in den Kopf. Dementsprechend geht der Punkt an John Dory, aber nichtsdestotrotz reicht es nicht. Steht 2 zu 1 für den guten Daniel. Bedeutet, er bekommt den 1 versus 1 Punkt. Bedeutet, es steht nun 3 zu 2 für Daniel Salazar. Und somit gewinnt er das erste Charakter-Clash. An der Stelle herzlichen Glückwunsch Daniel und naja, sorry John, auch wenn ich dich sehr, sehr mag. Ja, Daniel hat hier und da halt einfach wirklich ein paar mehr Vorteile. Und da Daniel nun in der nächsten Runde ist, könnt gerne ihr einfach mal in die Kommentare schreiben. Wie seid ihr der Meinung? Passt das? Seid ihr so damit zufrieden? Oder hättet ihr bei manchen Kategorien gesagt, ne, da hätte John definitiv gewinnen müssen? Oder halt, da hätte, naja, Daniel gewinnen müssen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich lasse mich immer eines Besseren belehren und ich bin auch offen für andere Meinungen. Das ist sowieso mir das Wichtigste, wollte ich sowieso mal erwähnt haben. Die Meinungen hier auf dem Kanal gehen manchmal komplett auseinander. Und ich liebe es, weil wir alle hier auf einem neutralen Level darüber diskutieren können. Kuss an der Stelle wirklich an euch alle. So, und wer bis hierhin geguckt hat, keine Angst für die, die nicht bis hierhin geguckt haben. Aber wenn ihr das seht, braucht ihr auch keine Angst haben. Es wird eine Ankündigung geben, es wird eine extra Ankündigung geben. Die Abonnenten auf diesem Kanal steigen ja momentan stetig. Und die 1000 Abonnenten sind nicht mehr so weit entfernt. Und zur Feier dieses Tages, dass ich irgendwann die 1000 Abonnenten erreiche, habe ich vor, ein Gewinnspiel zu machen. Es wird zum 1000 Abos Special ein Gewinnspiel geben. Was es da zu gewinnen gibt und wie man das gewinnen kann, das wird in einem extra Video gesagt. Deswegen nur schon mal an die Leute, die vielleicht den Kanal noch nicht abonniert haben, aber vielleicht mich ganz sympathisch finden und auch die anderen Videos hier gucken und denken sich, hey, der ist ganz nett. Wenn ihr jetzt abonniert habt, ihr auf jeden Fall die Chance beim Gewinnspiel teilzunehmen. Ich sag mal, vielleicht sieht man im Hintergrund schon was, was potenziell in der Verlosung, naja, vorkommen könnte. Auf jeden Fall, das wollte ich nur angekündigt haben, es wird ein 1000 Abonnenten Special Gewinnspiel geben. Es wird wahrscheinlich drei Gewinner geben können. Das werde ich aber noch genau ausdeichseln, wie ich das mache. Nichtsdestotrotz, wenn ihr dabei sein wollt, jetzt gerne schon mal den Kanal abonnieren. Aber auch wenn nicht, ihr könnt euch gerne die Videos auch angucken, ohne Abonnent zu sein. Tut mir nicht weh, alles gut, wenn euch die Videos Spaß machen. Freut mich das am meisten. So, jetzt möchte ich das Video aber nicht länger strecken, als es sowieso schon ist. Wenn euch solche Videos interessieren, schaut gerne auf dem Kanal vorbei. Lasst, wie gesagt, gerne ein Abo da. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Vielleicht schon dann das nächste Character Clash. Man weiß es nicht. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, würde ich mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Ich dann selbstverständlich auf, naja, derselben alten Couch, wie auch sonst immer. Bis dahin bin ich aber jetzt erstmal raus. Ciao. Ciao. Ciao.